Hallo, mein Name ist Albert Emanuel Kessler. Ich bin zertifizierter Naturheiltherapeut, Körper- und Mentaltrainer und Obmann des Vereins Allela Yoga für ganzheitliche Gesundheit und Gemeinschaft. Das, was wir in der Arbeit mit den Klienten immer wiederum bemerken, ist, in der Natur sind dann diese Entspannungsphasen, speziell im Wald, unglaublich heilsam. Nicht alle Menschen haben aber die Möglichkeit, Natur direkt erfahren zu können. Klienten, die wir haben, die im Rollstuhl sind, wünschen sich so sehr, ich möchte einmal wiederum das Meer spüren, riechen, schmecken, vielleicht auch ein bisschen darin gebadet werden. Und wir sprechen hier nicht nur von Erholung nach einem Urlaub. Wir sprechen von merklicher Verbesserung von Mobilität, Vitalität, Kreativität und seelischer Emotionalität. Du bist wichtig. Genau du, der oder die jetzt dieses Video anschaut. Du kannst es teilen. Du kannst dazu kommentieren. Du kannst deine Gedanken, deine Gefühle und deinen Beitrag einsetzen, um diese Welt schöner und gesünder zu machen. Egal, wie gering der Betrag sich auch anfühlen mag, er hilft auf jeden Fall weiter. Speziell dann, wenn du zwei Menschen kennst, die ebenfalls bereit sind, ein bisschen zu spenden und die wiederum zwei Menschen kennen, die ebenfalls bereit sind zu spenden. Was für ein schöneres Weihnachtsgeschenk kann man sich selbst machen, wenn man in seine Gesundheit und in Verbindung mit einer neuen Familie investiert. Lasst uns doch gemeinsam gesund werden und dieses neue Jahr mit einem Lichtstrahl der Hoffnung beginnen. Musik 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 Musik